Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video der Videoreihe Kirchengeschichtliche Vorurteile. Dieses Mal geht es um ein sehr komplexes Thema, nämlich die Kreuzzüge. Was hat es mit diesem Thema auf sich und welche Schuld hat sich die Kirche da eigentlich mit diesem Kreuzzugswesen auf sich geladen? Wenn es Sie, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, interessiert, bleiben Sie gerne dran. Wie unterschiedlich auch dieses Thema historisch gesehen heutzutage aufgegriffen wird, möchte ich anhand von zwei unterschiedlichen Zitaten aus dem Standardwerk Arnold Angelenz vorlesen. Die heutige Beurteilung der Kreuzzüge divergiert extrem. Positiv kann der Berliner Religionshistoriker Carsten Kolpe den Kreuzfahrerstaat im Heiligen Land schon wie eine multikulturelle Gesellschaft darstellen. Das Leben im Orient zur Zeit der Kreuzzüge, also von 1098 bis 1291, darf man sich nicht als einen permanenten Kriegszustand vorstellen. Die fränkischen Kolonisten schon der zweiten Generation betrachteten den Krieg meist nur als notwendiges Übel. Und die Frankenfürsten in Syrien verfolgten oft eine außerordentlich verständnisvolle und liberale Politik. Der Normalzustand bei den Kreuzzügen und Gegenkreuzzügen war der Waffenstillstand, der fast immer auf beiden Seiten durch stillschweigendes Einvernehmen verlängert wurde. Zwischen den fränkischen Baronen und den benachbarten arabischen Emiren wurden von Schloss zu Schloss Beziehungen von hoher Ritterlichkeit unterhalten, von denen sowohl die westlichen Chronisten als auch die arabischen Analysten manches Zeugnis hinterlassen haben. Soweit die erste Bilanz. Die zweite Bilanz? Als religiöse Ereiferung charakterisiert der Engländer Richard Fletcher die Kreuzzüge. Als Eroberungskriege, als Vorspiel des Kolonialismus und Anfang antijüdischer Grausamkeiten. Purer Fanatismus und Gewaltrausch hätten sich hier ausgetobt. Ich zitiere jetzt Fletcher, die Zeit der Kreuzfahrer war von starker religiöser Leidenschaft geprägt, den eifernden konvertierten Seljuken, dem Fanatismus der marokkanischen Sektierer, der Bigotterie, der Frankenkrieger und der Hetzerei christlicher Würdenträger. Religiöser Eifer unter Anhängern zweier monotheistischer Glaubensrichtungen, die beide vollkommen davon überzeugt waren, dass ihre eigene, die einzig rechtmäßige sei, kann nur intolerant sein. Also, Sie hören schon, dass es sehr unterschiedliche Stellungnahmen gibt. Schauen wir uns selbst einmal die historischen Belege an und versuchen möglichst unvoreingenommen, den Tatsachen ins Auge zu sehen und eine möglichst berechtigte und eine neutrale Stellungnahme am Ende formulieren zu können. Zunächst einmal, woher kommt denn der Begriff Kreuzzug? Die Bezeichnung kommt von den Kreuzen, die die Kreuzritter sich auf ihre Uniform genäht haben, auf ihre Kleidung. Schauen wir erstmal ganz zu Anfang, was denn der Auslöser überhaupt des Kreuzzugwesens war. Denn auch wenn wir uns im Letzten diese Brutalität natürlich vor Augen führen müssen, müssen wir erstmal wissen, was denn das ursprüngliche Motiv ist. Also, in welche Situation hinein werden Kreuzzüge ausgerufen? Dafür müssen wir ganz zum Anfang des Islam gehen, also ins siebte Jahrhundert, in der Zeit, als Mohammed seine Offenbarung bekommt. Und er erhielt, die Offenbarung der letzte Prophet der göttlichen Offenbarung zu sein, die also mit dem Judentum begonnen, mit dem Christentum sich fortgesetzt habe und nun mit dem Islam die Vollendung finde. Und dann hat er eben diesen Koran, Koran, wie es eben heißt, der Koran zu deutsch geschrieben, diktiert vom heiligen Erzengel Gabriel. Diese Einzelheiten werde ich in diesem Video natürlich jetzt nicht im Einzelnen auslegen. Zumindest geht es so weit, dass in der Sure 9, Vers 29, grundgelegt wird, dass die Ungläubigen zu kämpfen seien. Besonders die Ungläubigen aus dem Volk der Schrift gemeint sind diejenigen, die die heiligen Bücher haben. Also Juden mit ihrer Torah, beziehungsweise mit dem Tanach und die Christen mit ihrer Bibel. Und an die richtet sich ja in erster Linie dieser Abschluss der Offenbarung mit dem Islam. Und wenn sie dann das nicht annehmen, dann sind sie die Ungläubigen. Es ist wichtig, das ist wichtig zu wissen. Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt den Islam polemisiere. Also der Kampf und die Gewalt sind von Anfang an ein berechtigtes Mittel, das eben durch die tiefste innerste Lehre dieser Religion vorgegeben werden. Also es steht sogar so auch in der Schrift, in ihrer Heiligen Schrift. Und so hat schon Mohammed ein eigenes Feldherr zusammengestellt und ist gegen Mekka vorgegangen, militärisch, um die Kaaba zu reinigen von den Götzenbildern. Denn das war ein paganes Heiligtum, ein heidnisches Heiligtum. Das heißt, der Dschihad, wie es auch genannt wird, ist im Islam ein wesentlicher Bestandteil der Lehre. Und hier haben wir schon mal einen ganz großen Unterschied zum Christentum. Denn nirgendwo in der Bibel, ich spreche jetzt natürlich vor allem vom Neuen Testament, denn das Alte Testament ist ja von Jesus in diesen Punkten, in diesen brutalen, gewalttätigen Punkten, entkräftet worden. Das heißt, nirgendwo steht etwas von der christlichen Lehre her grundgelegt, dass ein heiliger Krieg gerechtfertigt sei. Im Gegenteil, Jesus lehrt die Feindesliebe und die Gewaltlosigkeit. Das heißt, immer wenn ein Krieg im Namen Gottes von Christen ausgeübt worden ist, dann war es Missbrauch der Religion. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig und festzulegen. Wir müssen uns nun vor Augen führen, dass in einem ganz, ganz geringen Zeitabstand der Islam mithilfe militärischer Mittel sich über das ganze Römische Reich ausgebreitet hat, vor allem das Ostreich. Das heißt, diese neue Religion beherrschte nach kurzer Zeit das christliche Ostreich, sodass eigentlich nur noch Griechenland und Kleinasien übrig blieben. Das waren die einzigen Bereiche, die noch der byzantinischen Kirche, dem byzantinischen Reich geblieben waren. 771 überquerten die Muslime auch Gibraltar und besetzten die iberische Halbinsel. Das heißt, sie gingen dann auch weiter vor bis nach Westeuropa. Es handelte sich also um eine reale Bedrohungssituation für die Christen. Als 638 die Muslime dann auch Jerusalem eroberten, leisteten die Christen übrigens keinen Widerstand. Da die Religionssteuer, die die Muslime nun von den Christen, die dort lebten, verlangten, um eben ein friedliches Zusammenleben zu garantieren, haben sich viele dem auch gebeugt, denn diese Steuer, die entrichtet werden musste an die Muslime, war geringer als die Steuer an das byzantinische Reich. Es kam dann zu einem Abkommen und der zweite Kalif Umar garantierte den Christen Sicherheit, Leben, Besitz und ihre Kirchen auch. Sie durften ihre Religion weiterhin ausüben unter starker Aufsicht natürlich, Beaufsichtigung und natürlich unter der Voraussetzung, dass eben diese Steuer entrichtet wird. Also zunächst funktionierte diese Koexistenz auch. Und es gab auch zu Anfang und generell eine fruchtbare Entwicklung kultureller Art. Also das eben gerade, wenn man jetzt an Spanien denkt, an das heutige Spanien, also an die iberische Halbinsel, da kam es zu fruchtbaren Entwicklungen, dadurch, dass sich eben die Kulturen zusammengetan haben. Auf diese Art und Weise ist etwas gewachsen. Und es kam dann auch dazu, dass die Beziehungen, die politischen Beziehungen eigentlich auch gut funktioniert haben. Sogar Karl der Große, der zuvor noch eben die Muslime bekämpft hatte, wurde irgendwann eine Kopie des Schlüssels der Grabeskirche übergeben. Und zwar vom Kalifen Harun al-Rashid. Und generell durften die Christen auch die heiligen Städte wieder für sich beanspruchen. Also das ist schon eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Entwicklung gewesen. Leider blieb es aber nicht so friedlich. Das Blatt wendete sich sehr, sehr schnell. Denn schon im 10. Jahrhundert kam es dann zu Spannungen im Heiligen Land zwischen den Christen und den Muslimen. Als nämlich 966 Teile Syriens an das Byzantinische Reich zurückgingen, haben sich die Muslime im Heiligen Land, besonders in Jerusalem, an den Christen ausgelassen. Haben dort ihre Wut, quasi der Wut Raum gemacht und haben denen eben den Dschihad erklärt, den Christen in Jerusalem. Sie zündeten zum Beispiel auch das Dach der Grabeskirche an. Und 979 kamen dann die Fatimiden und haben Jerusalem erobert. Da zündete man dann erneut die Grabeskirche an. Und da kam es dann dazu, dass die Kuppel einstürzte und der Patriarch in den Flammen umkam. Also da merkte man schon, es brodelte nicht nur, es kam immer mehr zu Ausschreitungen. Also es gab immerhin, immer wieder auch trotzdem noch diese Kämpfe. Und als dann zum Beispiel auch ein Angriff auf die Byzantina gescheitert war wiederum, wieder mal, rechte sich der fatimidische Kalif Abu Ali al-Mansur al-Hakim an den Christen seines Reiches, die also in seinem Reich lebten und hat ihnen ganz viele Sanktionen auferlegt. Also sie durften keine öffentlichen Prozessionen mehr abhalten. Sie durften keine hohen Ämter mehr bekleiden. Christen wurden insgesamt sehr eingeschränkt und sie wurden auch gezwungen, ihren Glauben aufzugeben. Insgesamt wurden auch 30.000 Kirchen enteignet in seinem Reich, sodass, also man merkt schon, in welche Richtung das geht. Freiheit ist das nicht mehr. Freie Religionsausübung. 1009, im Jahr 1009 befahl dann der Kalif, dass das heilige Grab Christi geschändet werden solle. Das ist natürlich dann die größte Art der Blasphemie oder des Sakrilegs, muss man eher sagen, des Sakrilegs für die Christen. Und sie merken, dass hier die Bedrohung immer schlimmer wird. Sie hat den Höhepunkt erreicht. Nur noch diese Steinbank, auf der der Leichnam Christi gelegen hat, ist erhalten geblieben von dieser alten Grabstätte Christi. Die Grabeskirche war dann ab dem Zeitpunkt auch niemandem mehr zugänglich. Die Christen konnten die heiligen Städte nicht mehr besuchen. 300 Christen wurden der Stadt Jerusalem verwiesen. Man erwartete sowieso schon um die Jahrtausendwende das Ende der Welt. Und man sah mit solchen in diesen Entwicklungen eine Bestätigung, dass das Ende der Welt gekommen sei. Als wäre das alles nicht schon bedrohlich genug, kam eine weitere Bedrohung hinzu. Denn nun kamen die Seltschuken. Die Seltschuken waren ein Steppenvolk, die Ureinwohner des heutigen Turkmenistan. Und sie waren auch Muslime. Und sie fielen über den gesamten Orient her. Sie bekämpften sogar ihre eigenen Leute. Sie haben zum Beispiel die Perser bekämpft. Und sie nahmen dann sogar Kaiser Romanus IV. gefangen, als sie in einer Schlacht im Jahre 1071 die Byzantiner besiegten. Und schließlich eroberten sie auch noch Syrien und dann 1077 Jerusalem. Dort wurden dann 3000 muslimische Zivilisten getötet. Man merkt, es ist nicht nur einfach ein muslimisches Volk, das eben dann aus religiösen Motiven so barbarisch vorgeht. Denn sonst würden sie das ja nicht mit den eigenen religiösen Glaubensgeschwistern machen. Also das war dann natürlich eine zusätzliche Bedrohung, die eben zu der religiösen Bedrohung hinzukommt. Sie eroberten auch Kleinasien und kündigten auch den Anspruch auf Konstantinopel an. Sie machten Nicea zu ihrer Hauptstadt. Und Nicea liegt ganz in der Nähe von Konstantinopel, der Reichshauptstadt des Ostreiches, des römischen Ostreiches. Es wurde also bedroht. Und dann suchte Kaiser Alexius I. schließlich Hilfe bei Rom. Nachdem es ja, also das Schispa war noch sehr, sehr, sehr frisch. Und sie haben wirklich lange ausgehalten, bevor sie sich an Rom gewendet haben, das ja eigentlich jetzt, ja, eigentlich Feind ist oder zumindest emotional da auch noch eben diese Spaltung zwischen ihnen stand. So sind dann Abgesandte in das Westreich gezogen und sind in eine Synode gestoßen und haben dort vor allen Bischöfen und vor dem Papst eben geschildert, was für eine drastische Situation sich im Ostreich momentan zuträgt. Und dann hat eben der Papst oder die römisch-katholische Kirche ja zugesagt, da etwas zu tun. Besonders eben auch im Hinblick auf Jerusalem. Darauf, dass eben die Christen nicht mehr in die heiligen Städte, nicht mehr die heiligen Städten besuchen können. So hat dann Papst Urban II. 1095 den ersten Kreuzzug ausgerufen. Dieser begann dann 1096 und war, das muss man ganz klar sagen, zum bewaffneten Schutz der Jerusalem-Pilger und der heiligen Städten Jesu. Es war der Anlass. Es ging darum, diese Städte wieder freizuräumen bzw. den Pilgern Schutz zu gewähren. Man kann also im Grunde sagen, dass Kreuzzüge ursprünglich humanitäre Interventionen sind, wie wir heutzutage sagen würden. Es geht nicht darum, fanatisch irgendwelche Leute abzuschlachten, sondern in erster Linie ist es eben eine Reaktion, eine hilfeleistende Reaktion auf eine reale Bedrohung. Denn alles andere hätte das Westreich nicht gesagt, wir machen das, wäre das unterlassene Hilfeleistung gewesen. Es blieb denen auch nichts anderes übrig, als das zu tun. Und der Papst hatte sich auch erhofft, dadurch das Schisma zu überwinden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Er hat sich wirklich erhofft. Das ist ja eine schmerzhafte Trennung gewesen. Es ging also auch nie darum, imperialistische oder kolonialistische Absichten zu verfolgen. Die Muslime sollten ja auch gar nicht zwangsbekehrt werden, sondern es ging allein um die Sicherheit der Christen im Orient und der Jerusalem-Pilger. Auch heutige Historiker, außer wenn wir jetzt eben so einen Fletcher lesen oder weitere sehr polemisch eingestellte, sagen von ihrer sehr objektiven Sicht zunächst einmal, dass es eine richtige Entscheidung war vom Papst. Dafür möchte ich auch zitieren, was Hesemann in seinem Buch schreibt, die Dunkelmänner. Und zwar sagt Egon Fleick zum Beispiel, der Professor für alte Geschichte an der Universität Greifswald, in der FAZ vom 16. September 2006, Urban II. sah richtig. Wäre Konstantinopel schon 1100 gefallen, dann hätte die enorme militärische Kraft der türkischen Heere Mitteleuropa 400 Jahre früher heimgesucht. Dann wäre die vielfältige europäische Kultur wahrscheinlich nicht entstanden. Keine freien städtischen Verfassungen, keine Verfassungsdebatten, keine Kathedralen, keine Renaissance, kein Aufschwung der Wissenschaften. Denn im islamischen Raum entschwand das freie griechische Denken eben in jener Epoche. Jakob Burkats Urteil, ein Glück, dass Europa sich im Ganzen des Islams erwehrte, heißt eben auch, dass wir den Kreuzzügen ähnlich viel verdanken wie den griechischen Abwehrsägen gegen die Perser. Also grundsätzlich und von der theoretischen Grundlegung war es also eine richtige Entscheidung, etwas zu tun in dieser Bedrohungssituation. Wie es dann weiter ausging, ist eine andere Geschichte. 1099 wurde Jerusalem dann erobert und ein christliches Königreich im Heiligen Land ausgerufen. Es endete also gut. Der zweite Kreuzzug verlief aber dann schon nicht mehr so glimpflich, 1148. Der dritte, 1187, wurde vorgenommen, um dann das bis dahin schon verloren gegangene Königreich im Heiligen Land zurückzuerobern. In deutscher Geschichte ist besonders herausragend natürlich, dass Kaiser Barbarossa in dieser Schlacht ums Leben kam. Der vierte Kreuzzug 1203 oder 1204 führte zum Streit mit Byzanz, da nämlich Konstantinopel geplündert wurde. Dazu sage ich gleich noch was, denn es hat eine schlimme Wunde in der orthodoxen Kirche hinterlassen und man hat gemerkt, dass diese Hoffnung, die der Papst mit dem sich einmischen in dieses Problem eigentlich das Gegenteil bewirkt hat von dem, was er sich erhofft hatte. Nämlich eben nicht die Überwindung des Schismas, sondern eher die Vertiefung dieses Grabens, der dadurch entstanden ist. 1229 wurde für Jerusalem dann ein freier Zugang für die Christen ausgehandelt, weil es zu der Zeit unter islamischer Herrschaft war. Es kamen dann insgesamt noch weitere Kreuzzüge hinzu. Das ist aber ein anderes Thema. Also es wurde auch innerkirchlich eben mit Kreuzzügen reagiert. Also zum Beispiel, wenn wir an den Albigenser-Kreuzzug denken, also gegen Ketzer und gegen Muslime in Spanien. Auch gegen die heidnischen Baltenvölker übrigens. Es gab insgesamt sieben offizielle Kreuzzüge. Warum offiziell? Dazu komme ich gleich noch. Wenn wir jetzt so die Quellenlage betrachten und das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man schaut, was sagt denn die Sekundärliteratur von heute dazu? Was kann man heutzutage dazu nachforschen? Da muss man merken, dass das Interesse exponentiell angewachsen ist. In den letzten Jahrzehnten hat sich so viel getan in der Kreuzzugsforschung. Also man kann sich wirklich, wenn man gewissenhaft rangeht, sehen, wie die Umstände wirklich sind. Und man kann frei von jeglicher Polemik sich selbst ein objektives Urteil bilden. Es gibt ein Standardwerk, das ist die Geschichte der Kreuzzüge von Hans E. Mayer aus dem Jahre 2005. Zudem gibt es einen Artikel von Riley Smith in der Theologischen Realenzyklopädie. Und dann gibt es natürlich auch einen Artikel im Lexikon des Mittelalters. Dieser Artikel ist auch sehr gut. Da ist auch die Definition von Kreuzzügen sehr weit gefasst. Ähnlich ist es auch bei Nikolaus Jasper. Also insgesamt gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen zu einzelnen Fragestellungen, aber insgesamt zeigt sich eine deutliche Linie. Also wichtig sind folgende Eigenschaften. Kreuzzüge sind päpstlich ausgerufen. Sie sind also kirchlich offiziell und mit Ablässen ausgestattet. Das heißt, Kreuzzüge sind kirchlich religiös motiviert. Also das erste wichtige Fazit, wenn wir so setzen wollen, ist, um mit einem Zitat angenennt zu antworten, es war ein primär religiöser Antrieb, bei dem allerdings eine Vielzahl neuer wie aber auch alt hergebrachter Motive mitwirkte. Denn es gab schon immer auch Wallfahrten mit sündentilgender Wirkung, also die ein Bußwerk darstellten. Jedoch kam nun bei den Kreuzzügen ein militärischer Aspekt hinzu. Statt der Pilgerausrüstung bei Wallfahrten kam es nun eben zu einer Ritterausrüstung, mit der man loszog. Das bedeutet auch wiederum, Kreuzzüge richteten sich an die Ritter, an den Ritterstand, an den Adelsstand. Und diese sollten ausschließlich den Schutz der Jerusalem-Pilger sich zur Aufgabe machen. Das heißt, sie gaben auch dafür alles auf. Sie verkauften ihren gesamten Besitz, sie ließen ihre Familien zurück und wussten nicht, ob sie jemals diese wieder lebendig wiedersehen würden. Also als Papst Urban 1095 den ersten Kreuzzug ausrief, wurde dieser als Buß- und Liebesübung dargestellt, wie gesagt, bei dem man einen sogenannten Kreuzzug-Ablass erhielt, wenn man eben daran teilnahm. Dies war für die Betroffenen insofern reizvoll, als sie damit eine Ersatzleistung für sonst langwierige Bußleistungen bringen konnten. Die Ablasswirkung wurde streng begrenzt. Das bedeutet, ein vollkommener Ablass wurde nur denen gewährt, die im Kreuzzug gefallen sind. Also der vollkommene Ablass. Es heißt im Dekret des Konzils von Clermont, nur wer aus Frömmigkeit und nicht zur Erlangung von Ehre und Geld zur Befreiung der Kirche Gottes nach Jerusalem aufgebrochen ist, dem soll die Reise auf jede Buße angerechnet werden. Dennoch war natürlich vorprogrammiert, dass es auch Leute gibt, die da mitmachen und dennoch geplündert haben, aus Gier getrieben waren und sich eigene Fürstentümer aufbauen wollten im Zuge dieser Kreuzzüge. Der Papst wollte ja eigentlich diese zurückeroberten Gebiete den Byzantinern zurückgeben um ihnen zu zeigen, dass er ihnen gegenüber eben freundlich gesinnt ist und sie eben dadurch sich versöhnen. Da sind natürlich dann diese Eigeninteressen, in denen eben andere Karriere machen wollen und ihre eigenen Fürstentümer aufbauen, natürlich zu widerlaufend. Natürlich hat man versucht, Kreuzzüge biblisch zu belegen und hat dafür die Vorlage in den Makabea-Büchern gefunden. Im 1. und 2. Makabea, da ist es ja so, dass Jerusalem dort auch von den Heiden eingenommen wird und die religiöse Ausübung des jüdischen Glaubens verhindert wird und ganz viel Sakrileg und Blasphemie geschieht. Und deshalb eben diese Kämpfe geführt wurden, um Jerusalem wieder zu befreien. Die Päpste selbst haben diese Dinge eben beworben. Es fehlt der Missionsgedanke. Also man merkt, dass dieses Argument oder dieses Vorurteil hier sei eben auch Zwangsbekehrung geschehen, das greift nicht. Denn es fehlt komplett der Missionsgedanke. Es geht den Kreuzfahrern prinzipiell um die Rückeroberung, die Zurückeroberung der heiligen Städten. Es gibt natürlich auch Beispiele dafür, dass den zu Bekämpfenden die Wahl zwischen Tod und Taufe gestellt worden ist. Aber das sind natürlich Dinge, die aus dem Ruder gelaufen sind und nicht primär gut geheißen wurden. Trotz dieser religiösen Motivation, einen Kreuzzug mitzumachen, gab es dennoch natürlich einen materiellen Aspekt. Er ist zwar nicht der Hauptgrund, dennoch nicht auszuschließen. Denn die Adligen mussten bis dahin Landschenkungen als Bußleistung ablegen. Sie mussten nicht, sie wollten. Also sie haben es bis dahin immer getan und konnten nun dies sparen, indem sie religiösen Kriegsdienst leisten konnten. Und so haben sie natürlich ihre Ländereien teilweise einsparen können. Auch wenn der Kreuzzugsaufruf eigentlich an den Ritterstand erfolgt ist, kamen am Ende 120.000 Männer und sogar Frauen zusammen. Davon gab es weniger als 10% eigentliche Ritter und Adlige, die vom Papst offiziell zu einem Kreuzzug aufgefordert worden sind. Was hat es damit auf sich? Es lag daran, dass zusätzlich zu diesem offiziellen Kreuzzug, den nur der Ritterstand betraf, private Volkskreuzzüge zusammengesetzt wurden, zusammengerufen wurden, die aber mit dem offiziell päpstlich ausgerufenen Kreuzzugwesen nichts zu tun haben. Denn es gab zum Beispiel den Kreuzzugaufruf von Peter von Amiens. Das war ein Einsiedler, der hat das aus freien Stücken, aus eigenen Stücken gemacht. Er behauptete, er hätte eine Vision gehabt, in der Christus ihn aufgerufen hätte, einen heiligen Krieg zu initiieren. Aber heiliger Krieg im Sinne von Dschihad, nicht im Sinne eines Verteidigungskrieges oder eines Befreiungskrieges als humanitäre Intervention. Und er hatte natürlich ganz schnell einen fanatisierbaren Mob zusammenstellen können. Dieser ist mitgezogen, 1095-96, nach Jerusalem. Und es gab immer häufiger ab da solche fanatischen Volkskreuzzüge. Diese hatten aber nichts mit dem Berufsheer sozusagen zu tun, das vom Papst aufgefordert wurde, loszuziehen. Also wir müssen das hier unterscheiden. Wir haben also eine Gruppe, eine gespaltene Gruppe, bestehend aus einem wütenden Mob, undisziplinierter und fanatisierbarer Menschen sozusagen, also wie gesagt, die sofort über die Juden im Rheinland hergefallen sind und sie ausgeplündert hatten. Die über die Juden herfielen, die mussten sich teilweise verstecken und selbst die Bischöfe konnten eben diesen Mob nicht mehr kontrollieren. Das lief absolut aus dem Ruder. Die haben schon alles geplündert und sich schon unmöglich verhalten, bevor sie überhaupt den deutschen Boden sozusagen verlassen haben. Und in Klanasien sind die dann aber größtenteils gefallen. Also der Mob verselbstständigte sich und es kam immer wieder zu Pogromen, gerade gegenüber der Juden. Also kein Wunder, dass es eben bis heute noch diese polemischen Aussagen gibt, dass Kreuzzüge absolut anti-judaistisch oder antisemitisch waren. Aufgrund dieser Pogrome, die nicht mal die Bischöfe in den Griff bekommen konnten. Wie Hesemann in seinem Buch schreibt, ich zitiere, die Idee vom Krieg im Namen Gottes war pervertiert worden, bevor die Herrhaufen überhaupt ihre Heimat verlassen hatten. Also hier geht es darum, dass eben dieser ursprüngliche Gedanke, die ursprüngliche Motivation und Absicht verdreht wurde, verzerrt wurde. Als der Volkskreuzzug in Konstantinopel ankam, wurde der Mob von Alexios dem Ersten auf die andere Seite des Bosporus verfrachtet sozusagen, aus Angst, sie könnten die Einwohner plündern. Denn damit natürlich dann auch ihre Aufgabe verfehlen, denn darum ging es natürlich nicht. Sie sollten in erster Linie den Christen helfen und nicht die Christen auch noch ausplündern. Sie verloren haushoch gegen die Seltschuken, die dort lauerten und es blieben nur 3000 Mann übrig. Diese schlossen sich dann dem offiziellen Kreuzfahrerherr an und zogen bis nach Jerusalem. Und als sie nun jetzt in Jerusalem ankamen, ist es eskaliert. Bei dem Einmarsch in die Städte erlaute man nur noch den Christen am Leben zu bleiben, so viele polemisch eingestellte Historiker. Alle anderen wurden umgebracht oder vertrieben. Auch die Chronisten eben, die das eben beschreiben, die schreiben das in ganz drastischen Worten und Bildern. Am 15.07. war das, am 1099 endete eben diese Eroberung Jerusalems in einem einzigen Blutrausch. Es heißt sogar von einem anonymen Chronisten, dass man knöcheltief in Blut gewartet ist. Die Darstellung dieses Eroberungskrieges haben wir vor allem dem Kreuzzugchronisten Wilhelm von Tyros zu verdanken, der selber kein Zeitzeuge mehr ist, also der ist 1186 gestorben. Doch war er immerhin näher an dem Ereignis dran als wir heute. Und ja, diese Chronisten haben das Ganze natürlich in einer bestimmten Art und Weise geschrieben, die für diese Zeit bei Kriegsgeschichten, bei Kriegsschilderungen üblich waren. Also ein bestimmtes Vokabular, eine bestimmte Art von drastischer Schilderung und natürlich der Gebrauch bestimmter Motive und Bilder. Also er schreibt zum Beispiel, sofort beim Eindringen in die Stadt liefen der Herzog und seine Begleitung mit gezogenem Schwert, mit beschützendem Helm und vorgehaltenem Schild wie ein Trupp in die Viertel und auf die Plätze. Und wen immer sie auffinden konnten, den streckten sie mit der Schärfe des Schwertes nieder, ohne Rücksicht auf Alter und Stand. So groß war das Blutbad der überall Niedergemetzelten und der Haufen der abgeschlagenen Köpfe, dass kaum noch ein Weg frei und ein Durchgang möglich war als über die Leichen der Toten. Auf verschiedenen Wegen drangen sie, unsere Fürsten und ihr Gefolge vor, richteten ein unzähliges Blutbad an und gelangten bis zur Stadtmitte, dürstend nach dem Blut der Ungläubigen und entschlossen zu ihrer Niedermetzelung. Als sie hörten, dass das Volk im Tempel Zuflucht genommen hatte, marschierten sie allesamt dorthin, drangen mit Mann und Pferd ein und köpften dort schonungslos, wen sie antrafen und erfüllten alles mit Blut. Also sehr, sehr, sehr drastisch und sehr brutal beschrieben. Es gibt aber heutzutage, und das muss man natürlich, das darf man nicht verschweigen, immer lautere Stimmen, die zurückhaltender formulieren. Die sagen zum Beispiel, Was passiert ist, sei nicht grausamer als andere zeitgenössische Kriegsführungen und auch als zeitgenössische Kriegskroniken, also Schilderungen, Geschichtsschreibungen, was eben Kriegsführungen anbelangt. Es seien auch nicht alle Moslime und Juden getötet worden, da schon einen Tag darauf viele Gefangene freigelassen wurden. Und zwar für Lösegeld wurden viele freigelassen. Die jüdische Gemeinde sei auch bereits gemindert gewesen. Also es gab schon nur noch sehr wenige Juden. Und jüdische Quellen besagen sogar, dass im Gegensatz zu den Muslimen die Kreuzfahrer keine Frauen und Kinder gefangen genommen hätten. Also es wird insgesamt gesagt, wie gesagt, dass die Darstellung dieses Eroberungskrieges literarisch gesehen in der Art zeitgenössischer Kriegsgeschichten mit entsprechenden Bildern und Worten gestaltet und apokalyptisch geschrieben worden sind, also im Stil einer Endschlacht. Insbesondere die Betonung des Befeihungsaspekts von der Verunreinigung durch die Heiden erfordere eine besondere Blutsprache. Und dementsprechend sei es eben so formuliert worden. So weit viele zurückhaltende Historiker, die das mit heutigem Forschungsstand behaupten. Es seien auch nicht 100.000 Opfer gewesen, wie ganz oft behauptet wird, sondern eher 10.000. Und zwar gab es zu der Zeit in Jerusalem auch gar nicht so viele Einwohner, als dass es 100.000 gewesen sein konnten. Man bezog sich, wie gesagt, auf die Makabeer Bücher und rechtfertigte das Morden. Und das ist natürlich egal, was eben diese Relationen anbelangt. Unabhängig von diesen Relationen ist immerhin eindeutig zu sagen, man bezog sich, wie gesagt, auf die Makabeer Bücher und rechtfertigte das Morden und diese blutigen Morde als Ausführung des Gotteszorns, der zum Beispiel in Psalm 58 beschrieben wird, der in Psalm 67 beschrieben wird, der in Offenbarung 14 beschrieben wird. Auch die Päpste haben mit ihren Aufrufen zu Kreuzzügen, Reinigungs- und Sühnevorstellungen mit Waffengewalt verbunden. Das war ihre Theologie. Innozenz III. hat zum Beispiel Psalm 79 zitiert, um die Notwendigkeit der Befreiung Jerusalems in Form eines Kreuzzugs herauszustellen. Am deutlichsten ist natürlich seine Bulle hier zu nennen, und zwar Quia Major von 1208. Diese Bulle sollte den Kreuzzugpredigern als Vorlage dienen, die vorgelesen werden sollte. Also wir dürfen nicht vergessen, selbst die Päpste haben das gut geheißen und das eben versucht sogar, theologisch zu begründen. Dennoch ist zu betonen, dass in den darauf folgenden Kreuzzügen die Juden, und das ist vielleicht, um einmal zu revidieren, dass angeblich Kreuzzüge antisemitisch motiviert waren, dass in den darauf folgenden Kreuzzügen die Juden perfekten Schutz genossen haben, insbesondere bei Barbarossas Kreuzzug. Interessant ist in dem Zusammenhang das Zitat des amerikanischen Judaisten Robert Chatzan über die Rolle der Päpste. Und zwar sagt er, als Jude selbst, das Papsttum war in der Tat recht erfolgreich in diesem Bemühen und eliminierte nahezu alle größere anti-jüdische Gewalt in den nachfolgenden großen Kreuzzügen des 12. und 13. Jahrhunderts. Das Problem, nicht nur jetzt eben für uns im Nachhinein in der historischen Rekonstruktion dieser Ereignisse, sondern auch eben schon zu der Zeit selbst, war diese Kluft zwischen heiligem Krieg als fanatische Pervertierung der humanitären Intervention sozusagen, die eigentlich ein Verteidigungskrieg sein sollte. Die Kreuzzüge wurden nämlich offiziell von der Kirche ja gut geheißen, so zum Beispiel auf dem 4. Laterankonzil 1215. Aber dort wurden sie als Verteidigungskrieg verstanden oder als Befreiungskrieg. Bereits Augustinus hat erklärt im 4. Jahrhundert, dass ein Angegriffener ein Recht auf Selbstverteidigung habe. Diese Art von Waffengewalt sei eine Ausnahme des Gewaltverbots Christi. Und an sich wolle man den Krieg ja nicht, sondern der Krieg ist da. Und man solle auch ein mindestmögliches Maß an Gewalt anwenden, um, und darauf kommt es an, die Absicht zu verfolgen, Frieden zu stiften, Frieden zu erreichen. Das heißt, die Herstellung des Friedens sollte das eigentliche Ziel darstellen. Ursprünglich wurden die Kreuzzüge eben als so eine Hilfeleistung angesehen. Und die theoretische Grundlegung widersprach leider der tatsächlichen Ausführung. Denn die Laien haben sich ja, wie gesagt, als Mob zusammengetan. Es kam immer mehr zu diesen Volkskreuzzügen, die geplündert haben, die einfach überhaupt gar nicht mehr das Ziel verfolgt haben, sondern die gesagt haben, Deus vult, Gott will es so, das sei Gott gewollt, Gewalt anzuwenden. Nein! Gewalt ist nie Gott gewollt. Aber manchmal ist es ein Mittel, das wir brauchen im Sinne von Notwehr. Das Problem ist eben, wie gesagt, dass diese fanatischen Volkskreuzzüge Menschen emotional und fanatisiert auf den Weg schicken und so emotional geladen das Ziel komplett verfehlt haben. Mit der Einstellung auch, dass eben dieses Gemetze Gott gewollt sei, also aus einem erlaubten Verteidigungskrieg, der den Schutz von Frau und Kind, der die Verteidigung des Besitzes, der die Sicherung des Friedens wiederherstellen sollte, wurde allzu oft ein heiliger Krieg, der nicht nur als Gott gewollt, sondern sogar als Opfergabe für Gott verstanden worden ist. Durch die Kriegsführung würde laut der Kriegsführenden eine Ehrung und Reinigung der heiligen Orte vollzogen. Also absolute Pervertierung. Und auch schon zur Zeit der Kreuzzüge meldeten sich die Theologen, besonders die Kanonisten, also die Kirchenrechtler, und sagten, die Idee des heiligen Kriegs ist nicht christlich irgendwie nachvollziehbar. Wir können das nicht gutheißen. Und so wurde dieser Aufruf zum Kreuzzug, dieses Deus Vult, oft zu Deus Non Vult, Gott will es eben nicht so. Es gab zum Beispiel einen Antikreuzzugstraktat von einem Schüler des Erzbischofs und Heiligen, Thomas Beckett, 29. Dezember, und zwar Radulfus Niger, der ist um das Jahr 1200 gestorben. Und dort heißt es zum Beispiel, dass Gott keiner von Menschen ausgeführten Rache bedürfe, da er ja selbst der Richter ist. Er kümmert sich darum, Gerechtigkeit zu schaffen. Da muss der Mensch ihm nicht unter die Arme greifen, sozusagen. Und wenn der Papst einen Kreuzfahrerablass gewährt, dann ersetze dieser bei Ablässen nicht die bei Ablässen verlangte Reue oder die Bereitschaft, nicht mehr zu sündigen und auch nicht die Buße. Es wurde also ganz klargestellt, man kann mit Waffengewalt nicht die Sünden bußen, die man selber getan hat. Angenannt, betont in seinem Werk Toleranz und Gewalt, das hier bei mir liegt, dass es bei den Muslimen keine vergleichbare Kritik an Deus Vult, an diesem Ausruf, dass Gott es so will, gibt. Sie haben ja auch einen heiligen Krieg und das ist ja jetzt bei ihnen nicht eine Pervertierung sozusagen, der Ursprungsbotschaft, sondern es ist Teil der Botschaft. Der Papst selbst ging leider mit der Entartung vom Verteidigungskrieg zum heiligen Krieg voran, indem er eben Deus Vult ausgerufen hat, der unterstützt hat, diesen heiligen Krieg zu vollziehen, durch Gebete, Messen, durch Sondersteuern sogar. Das muss kritisiert werden. Natürlich muss das kritisiert werden. Und dennoch haben die Theologen jener Zeit sich dagegen gesträubt und sie haben es bis zum Schluss nicht ins Kirchenrecht aufgenommen. Es gibt im verbindlichen Kirchenrecht keine Rechtfertigung von Kreuzzügen. Es ist nie eingegangen. Gott sei Dank. Und so ein Papst kann natürlich auch verwirrt sein und Gott sei Dank hat man nicht auf ihn gehört. Kritische Stimmen haben wir auch auf Seiten der Heiligen. So zum Beispiel ganz bekannt der heilige Franziskus von Assisi. Er hat gesagt, wir brauchen nicht Waffengewalt gegen die Muslime, sondern Evangelisierung. Und zwar mit spirituellen Waffen. Die Kreuzzüge setzten sich auch in der Neuzeit fort, muss man sagen. Da dann als Verteidigung gegen die Invasion der Türken, zum Beispiel in der Schlacht bei Lepanto 1571, das ist eine ganz besondere Schlacht, da habe ich im Rosenkranzvideo was dazu gesagt. Auch innerkirchlich wurde die Idee weitergetragen, wie gesagt, wenn wir an den Kreuzzug gegen die Albigenser denken, schon im Mittelalter, aber auch in der Neuzeit dann im Kampf gegen die Hussiten. Auch bei den Konfessionskämpfen des 16. Jahrhunderts gab es sozusagen Kreuzzüge. Da ging es aber weniger um religiöse Motive und vielmehr um einen Kolonialkrieg, beziehungsweise einen Kulturkampf. Da ging es vor allem um protestantische Konkurrenzkämpfe gegen die katholischen Weltmächte, der iberischen Halbinsel zum Beispiel. Aus heutiger Sicht sind Kreuzzüge als ganz klar unchristlich zu verurteilen. Insbesondere in der Form, wie sie ausgeführt worden sind, nämlich als heilige Kriege, in dieser entarteten, pervertierten Form. Denn nirgendwo steht, dass Jesus das erlaubt habe. Auch wenn die Makabeer Bücher so etwas schildern, Jesu Feindesliebe überwiegt natürlich das Alte Testament. Wir haben das Alte Testament noch in unserer christlichen Bibel, aber wir lesen sie mit christologischen Augen. Also es, das Alte Testament. Das heißt immer da, wo es einen Widerspruch gibt zwischen Altem und Neuem Testament, einen vermeintlichen Widerspruch, dann hören wir darauf, was Jesus gesagt hat. Und er spricht ganz klar für die Feindesliebe und für den Gewaltverzicht. Und weil die Kreuzzüge eben so eine Begeisterung auslösten und sogar von Päpsten initiiert worden sind, hat die Kirche natürlich eine große Schuld davon getragen und trägt sie bis heute und sühnt sie bis heute. Der heilige Johannes Paul II. hat sich dafür öffentlich entschuldigt, für die Vergehen in der Kirchengeschichte. Das war eine große Geste. Und diese Geste wird nie vergessen sein. Und das darf bei aller berechtigten Anschuldigungen natürlich auch nicht vergessen werden. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es so einigen Dreck und einige Fehlentwicklungen. Aber so ist der Mensch. Der Mensch ist ein sündiges Wesen und er macht auch Fehler. Und Päpste haben durch ihre falschen Entscheidungen natürlich die ganze Kirche mit hineingezogen. Aber sie haben auch daraus gelernt und mit der Erkenntnis, dadurch große Schuld aufgeladen zu haben, sich entschuldigt und sühnt bis heute. Die Kreuzzüge haben trotz der Entartung der Verteidigung gedient. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch ohne sie hätte es das christliche Abendland nicht gegeben, was wir hatten. Also ursprünglich sollten Kreuzzüge eine humanitäre Intervention sein. Diese ist jedoch komplett aus dem Ruder gelaufen und hat das Schisma mit dem Osten verstärkt. Das ist ein schreckliches Ergebnis leider. Und doch gab es trotz dieser schrecklichen Katastrophe auch gute Seiten. Damit möchte ich natürlich keine Gewalt rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir jetzt zurückschauen auf unsere Kirchengeschichte, merken wir, dass sich etwas daraus aus dieser schrecklichen Situation entwickelt hat. Und dass die Kirche dadurch auch demütiger geworden ist. Natürlich kann man dann trotzdem darüber nachdenken, hätte man vielleicht einfach komplett die Finger rausgelassen. Hätte man erst gar nicht angefangen mit diesen Kreuzzügen. Vielleicht hätte es eine andere Art und Weise gegeben, hätte es irgendwie eine andere Lösung gegeben, die Jerusalem-Pilger wieder Jerusalem besuchen lassen zu können. Und die Christen im Orient irgendwie anders befreien zu können. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist groß. Und Gott sorgt für Gerechtigkeit. Wer weiß, wie er hätte interveniert. Wenn sie es mir Gott überlassen hätten, überlassen hätten. Andererseits, dann hätten wir vielleicht dieses Abendland nicht gehabt. Es ist schwer zu sagen, hätte, hätte. Aber das brauchen wir auch nicht zu sagen. Wir wissen, wir haben jetzt diese Kirchengeschichte, die wir haben. Es ist nun mal passiert. Und wir können nur daraus lernen. Mit diesem Video wollte ich aber vor allem zeigen, dass diese sehr polemischen Ansichten trotz mit ein bisschen mehr Nüchternheit, mit ein bisschen mehr Objektivität, differenzierter betrachtet werden können. Und dass wir uns selber ein Bein stellen, wenn wir zu polemisch und zu voreingenommen, mit zu vielen Vorurteilen behaftet, uns vor allem die Kirchengeschichte der römisch-katholischen Kirche anschauen. Ich lade Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer dazu ein, ein bisschen mehr von dieser Polemik, gerade der antikirchlichen Polemik abzulegen und einen besseren Blick auf die Realität bekommen zu können. Es hilft uns allen. Also wir profitieren alle davon. Ich hoffe, dieses Video war interessant für Sie und Sie haben neue Dinge heute gehört und sind ein bisschen mehr zum Nachdenken angeregt worden. Ich würde mich über Feedback freuen. Schreiben Sie gerne Kommentare. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen und euch gottesreichen Segen. Seid behütet und beschützt. Macht's gut. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!